D-ECO-D am Rollhaut Piste 1.0, Rolle auf, nutze volle Länge. D-ECO-D, Arm der Wind um Nord-Ost 5 Knoten. D-ECO-D, verstanden. Willkommen an Bord, D-ECO-D, Cessna 172. Papa ist heute alleine unterwegs, einmal Richtung München und wieder zurück. Ich bin jetzt gerade auf die Piste aufgerollt, muss jetzt gleich noch 180 Grad turnen machen und dann nutze ich die volle Piste. Länge und rum. D-ECO-D starte Piste 1.0. Speed kommt. 50, 55, rotieren. Altitude. D-ECO-D verlässt die Platzrunde aus dem rechten Gegenanflug heraus Richtung Nordwesten, einmal über Münster. Bin ich in 10 Minuten wieder da, ich bleib auf der Frequenz. Ja. D-Hotel Victor macht eine Notlandeübung nach 2000 ft. D-Hotel Victor, 1.0 wieder. 1.0, D-Hotel Victor. D-ECO-D, D-ECO-D, Cessna 172, eine Person über Münster-Krempen nur auf 1500 ft. Er bitte Landinformation. D-ECO-D, dann wieder zur Piste 1.0, Platzrundenverkehr. D-ECO-D. Zur Piste 1.0, Acht auf Platzrundenverkehr, D-ECO-FERA, ECO-D. Traffic, 1 o'clock, same altitude, 1 mile. Frenkie. Jo. D-Hotel Victor macht eine Notlandeübung jetzt zweimal nördlich von Lüdinghausen, zwischen Lüdinghausen und Kanal. Jo, selbst verstanden. Frenkie, wir bleiben jetzt in der Platzrunde. Jo, Rolf. So, volon R trennt. L der Bergсть. D-Hotel Victor, Reichter gegen Granzflug bis ein ZLO. Andy, MKV. Die Notlandeübung beendet. DMV. D-V, rechter Queranflug bis 1.0. D-E, verlängert rechten Gegenanflug bis 1.0. D-E, dreht ein, rechter Queranflug bis 1.0. D-E, dreht ein, entern Flug bis 1.0. D-E, der Wind um Nordos, 7 Knoten. D-E, verstanden. Klappen 20, das ist zu windig. D-E, rechter Gegenanflug bis 1.0. D-E, die Piste verlassen. D-E, dreht ein, rechterne. D-E, dreht ein, rechterne. D-E, dreht ein, rechterne. Untertitelung des ZDF, 2020